Du bist noch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner fifacoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich Willkommen Freunde zu diesem neuen FIFA 17 Trading Tipp und für mehr Trading Tipps lass jetzt einen Daumen nach oben da. Mich würde es sehr freuen, falls wir vielleicht heute die 150 Likes packen würden und dann starten wir jetzt auch direkt rein mit der heutigen Methode. Also Qualität ist Gold, Position Verteidiger und dann Premier League und dann zeige ich euch einfach mal, dass ihr jeden Verteidiger aus der BPL im Moment für 550 Coins losbekommt. Das heißt, ihr geht dann einfach runter auf 400 bzw. 450 Münzen und da snipet euch die Karten. Und ich würde sagen, ich mache das einfach mal vor und wir sehen uns, wenn ich dann direkt eine Karte bekommen habe. So und da kommt direkt eine rein für 400 Coins und den haben wir bekommen und das ist irgendein Innenverteidiger, glaube ich, von Hull City und da schauen wir einfach mal auf den Preisvergleich danach, was der Wert ist. Und da wird schon 550 auf ihn geboten, das heißt, wir können ihn locker für 650 auch reinstellen. Das sind 250 Coins mit einer einzigen Karte und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr leichter und guter Gewinn. Also ich würde sagen, eine Karte holen wir uns noch und dann möchte ich euch noch zeigen, wieso das Ganze überhaupt im Moment gut funktioniert und was ihr noch machen könnt, um leicht Coins zu machen. Und für 400 Coins bekommen wir den auch direkt den Innenverteidiger hier und ja, da gehen wir dann auch wieder einfach auf den Preisvergleich drauf und da sehen wir, ja, hier wird nur 450 geboten, den stellen wir für 550 rein. Wie gesagt, man bekommt wirklich jede Karte eigentlich auch für 600 Münzen weg, wenn man ein bisschen Geduld hat, aber 550 Münzen ist die safere Variante, da gehen die Coins dann natürlich auch schneller auf euer Konto und ja, da machen wir 150 Coins Gewinn und dann würde ich sagen, senden wir das Ganze einfach mal ab und machen eben den Gewinn. Und jetzt möchte ich euch noch schnell zeigen eben, wieso das Ganze so gut funktioniert im Moment. Und zwar hat das Ganze genau einen Grund und zwar braucht man ja gerade bei Foot Champions BPL-Spieler und deswegen sind die BPL-Spieler einfach allgemein gestiegen, auch die nicht so guten Karten, weil man die eben auch für die Bank gebrauchen kann und so weiter und so fort und von dem her könnt ihr auf jeden Fall auch jetzt in euren Verein reingehen und dort eure BPL-Spieler verkaufen, in die ihr auch investiert habt, also wirklich jetzt verkaufen und falls die Spieler nicht so krass gestiegen sind, stellt sie einfach ein bisschen überteuert rein, so 5% teurer oder so, damit ihr da auf jeden Fall keinen Verlust macht, aber ich gehe jetzt einfach auch mal in den Verein und verkaufe da ein paar Spieler von mir. Ja, wir gehen jetzt einfach mal in die BPL, dann unter Verteidiger und dann schauen wir einfach mal, was für Spieler wir so haben und da sehen wir dann auch schon, dass hier ganz, ganz viele Spieler am Start sind, die ich einfach alle schon im Verein hatte. Die habe ich einfach immer in Packs gezogen und dann natürlich behalten und den Jones, den stellen wir einfach direkt mal rein. Ich bin mir jetzt nicht genau ganz sicher, was der jetzt wert ist, aber den habe ich jetzt einfach mal so reingestellt, dass auf ihn geboten wird. Ranocca ist im Moment mega viel wert, ich glaube, da ist eine Squad-Building-Challenge draußen im Moment, aber ich bin mir gerade nicht sicher, also ja, der ist aber auch über 1000 Münzen wert und dann hier Olsen, gehen wir einfach mal weiter auf den Preisvergleich und der ist auch einfach mal so 600, 700 Münzen wert. Also da kann man wirklich ganz, ganz leicht Coins aus dem eigenen Verein schöpfen. Das könnt ihr natürlich dann auch mit den Mittelfeldspielern, mit den Stürmern machen und so weiter und so fort. Und ich schaue einfach direkt mal nach, ob die Stürmer hier ein bisschen gestiegen sind. Okay, Musa habe ich mir damals zu teuer gekauft. Das war am Anfang von FIFA 17, der ist natürlich jetzt schon weniger wert. Ings habe ich mir gekauft für 750 Münzen und der ist im Moment, der ist im Moment ein bisschen mehr wert. Also den könnt ihr zum Beispiel jetzt verkaufen. Also falls ihr so Spieler wie Ings habt, falls ihr in die investiert habt, verkauft die jetzt. Der Gewinn ist natürlich nicht der heftigste, aber die Spieler werden eben wieder sinken nach diesem Wochenende. Von dem her verkauft die Spieler jetzt. Und ja Freunde, das war es jetzt eigentlich auch schon mit dem heutigen Trading-Tipp. Falls ihr euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Also ihr müsst einfach nur Verteidiger aus der BPL snipen, beziehungsweise auch Stürmer und Mittelfeldspieler. Aber die sind leider nicht ganz so viel wert wie die Verteidiger. Aber mit den Verteidigern kann man eben richtig gut Gewinn machen im Moment. Und deswegen macht das einfach mal. Und dann war es das auch schon wieder mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer. Ciao Leute, FIFA Stars. Ich bedanke mich fürs Zusehen und danke fürs Zusehen.